hallo und herzlich willkommen zur nächsten minecraft devilcraft folge heute zusammen mit dem krieger stahl und dem video blog so haben wir noch nie aufgenommen dieser konstellation ja stimmt wieso bin ich denn hier bei gaming kitty warum schnüffel ich denn hier rum böser junge hieß nicht deine letzte folge auch irgendwie schnüffelei oder so herum schnüffeln ja dabei ja wir haben einfach den schalter gedrückt aber du hattest ja noch nichts angepasst da passiert noch nicht viel du hast doch die rinne hier gesehen hast du kein kies alter was ja also ich habe ja hierbei kürbis geschichte und bei den netter warzen da ist eine rinne da die macht die leute kies einfüllen soviel kies habe ich dann glaube ich auch nicht oder wir haben jetzt fünf nach sechs dann haben wir jetzt bis 20 nach ungefähr so gut ein bisschen kies habe ich noch wie findet ihr meinen lagerkeller ist doch cool der ist schön ja den habe ich in einer folge geschafft zu bauen es ist halt ein bisschen umständlich da immer darunter zu gehen aber ich will die klappe irgendwie haben so ein kleiner lagerkeller das ist ja gar nicht das ist ja hier hallo 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 ich muss zum kranken ich hab dir gesehen dass ich die bauernfelder also die getreidefelder abgebaut habe ich werde jetzt hier wahrscheinlich irgendwelche häuser hin bauen am spawn oder wo ja die netter warten sollten wir auch mal woanders hin pflanzen ich lege mal los jetzt hier was hin zu bauen das werde ich schlecht wo ist denn der dc nicht die lc also ich bin jetzt gerade bei documents house und jetzt gleich bei deinem haus auch in die richtung ich hatte sie dieses redstone aufgemacht oder nicht ja was redstone hinter dir hallo 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 na was machte kunst joa läuft lecker mörche ich hab fleisch ja ich hab auch noch glaube ich fleisch oder ok ich muss ja jetzt auch weiter hehehe äh ich bau mal das haus ähm wozu waren jetzt die sieben fleisch hab ich fleisch nicht ich hab grad nene der bietung und ähm q drückt dann kann man einen stack auf einmal auswerfen also alles wusstest du es nicht? nein ich wusste das jetzt erst ok gut oh ich bin auf einem pferd zu fahren ey das ist mein pferd du kannst doch nicht mein pferd nehmen ich bin die feuerwehr naja aber die feuerwehr die klaut doch keine pferde oder? nein die klaut eier doch eigentlich schon die feuerwehr ist bekannt dafür dass die pferde baut genau oben steht hier ein pferde klaut so aus welchem material baue ich denn das haus? ich nehme erstmal korbel ein jeter der sieht so oben groß erstmal guck ich mal wie groß ich das haus überhaupt baue wieder so viel weizen wo ist denn weizen? bei mir immer wenn ich raufkomme alles wieder voll ja mein zuckerrohr ist auch immer voll ja zuckerrohr halt zuckerrohr so äh muss ich mal gucken röhr röhr 1 2 3 und die essensprobleme ey kannst du richtig kannst du richtig essen du kannst ja an die armen kinder in indien spenden oh arme klinger oh lol das erste mal oder was? backebrot ey das war eigentlich nicht das erste mal irgendwie ja das ist software bug hier ich habe auch den achievement diamanten noch nicht gefunden äh gib dir mal ein erstes mal 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 mach mal ein 7x7 aus ist das wohl zu klein? also 7x7 geht eigentlich so eine standardgröße nicht zu groß nicht zu klein obwohl doch ich geh level fahren gibts irgendwo level 30er an chance? äh ja wir haben doch die bücherei ja meine bibliothek genau die für die allgemeinheit der stressig level fahren bei mir leckt es übrigens ich glaub in meiner stadt ist diese ist heute irgendwie u2 netz im arsch oder so ja aber das ist äh momentan der server der bugt auch gerade ein bisschen ich hab auch gerade gegessen und es kam erst 2 sekunden später oder so ja und bei mir sind die blöcke am rumfliegen oh jetzt so was jetzt hab ich schon mal den umriss ganz viele skeletten im knochen 96 stück hier ja ey können wir vielleicht die nacht aufbleiben dann kann ich nicht zum zum schleim sammeln ja können wir machen also ich hab nichts dagegen ich auch nicht super nein ja das ist dicke Pisten das ist einfach so voll automatische Maschine ja ich brauch die ich brauch die für die kürbismaschine genau ich hab erst 8 kürbisse ich wollte aber gerne warte mal 32 diese kürbismaschine da und so ja das ist für geil hab ich gemacht in einer vorher gebaut und in einer anderen noch vergrößert du hast ne kürbismaschine? jawohl neben der bibliothek echt? ach das ist ne kürbismaschine ja und kannst du ruhig benutzen wenn du willst nur nicht die pflanzen abhauen wenns geht muss ich mir überhaupt mal angucken hab ich überhaupt nicht gesehen oder nicht realisiert boah schon wieder so ein kleiner Pistzomi ne bei meinem let's play fand ich das so ärgerlich ne dass da so ein kleiner Pistzomi bei Doppelwohner umgeht ja die Folge hab ich auch gesehen äh äh warte wie hast du die genannt äh Krieger nein zorniger Kriegerlein Kriegerlein ist zornig genau Kriegerlein ist zornig ey ich hab mal Kriegerlein fänd ich sowieso auch ein cooler Nick und das ist hab ich mal geguckt wer das ist der hat ein Video vor 4 Jahren aufgeladen toll ja und blockiert einfach den Nick find ich doof ja aber man kann sich ja jetzt eigentlich egal wie nennen und dann den Kanal in den gewünschten Namen umändern dann heißt er auch so achso ah das könnte ich ja machen ach ne ich bleib bei Kriegerstahl ich glaub ich hab mir jetzt schon einen Namen gemacht ich mein mal so du hast Thumbnails mit Kriegerstahl du nennst dich immer Kriegerstahl also ich würd dir auch raten bei Kriegerstahl zu bleiben ja ist besser nein kein Creepy Creepy meine Blöcke zerstirbt mitten in dein Haus ey ich spiel grad ich spiel grad hier genau wie im richtigen Leben ich geh nachts in Sumpf und sammle Leben ok und das bei Regen und das machst du auch im realen Leben ja ja ok das ist echt ne coole Freizeitbeschäftigung ja das macht nicht jeder ja sieht dann immer so saug aus ey die ganze Dusche immer voll siffig ach scheiß drauf Mann ist nur einmal mehr ja ich war dieses Jahr noch nicht wollen wir nicht nach Malle so ich sammle gerade Leben ich glaub heute Nacht gibt's keine Schleim ich hab nur Leben gefunden bisher ja Slimes wozu brauchst du nur Slimes für die Kürbisgeschichte ich wollte das nochmal größern achso die sind jetzt irgendwo anders ah nein oh hier ist Kies geil also 3,4,5 weißt du was ich cool fände wenn wir mal so einen richtigen Stollen bauen würden kann Kürbis nicht auf Sand groß werden äh ich glaube nicht ich glaub wenn ja könntest du das so runterfallen lassen also äh Zuckerrohr geht auf Sand Zuckerrohr ich hab einen Atmungshelm hab ich ganz vergessen ey cool ich hab voll lange im Sumpf unter dem Wasser bleiben ey okay okay vor das Sumpfmonster jetzt brauch ich nur noch Wasseraffinität das wär geil ja das wär nice oh nein Lappels und mein Texture Pack ist nicht für Dings da gemacht für eins von Pappen ich bin ja echt sass'n du ich hab mir selbst nichts gemacht und das ist komisch weil noch nicht geabdated und so ich bin der Toiletten-Tieftaucher Toiletten-Tieftaucher wie kombiniert man das mit Krieger Stahl äh Tieftaucher ne Toiletten-Tieftaucher-Stahl das ist so lange Toiletten-Tieftaucher-Stahl nein nein das sind ja die Klempner das ist mein Name what? Tom hat mich fast getötet als ich mein Texture Pack werden muss so oh wie schön das hier blubbert immer ich find das sehr hübsch oh ein Creeperle schön guten Tag und BAT habt ihr eigentlich meinen Bogen gesehen? ach nee ihr habt ja die Folgen noch nicht geguckt ja soll ich mal vorlesen was der so drauf hat ja gerne was schlag 2 stärker 5 Flamme 1 unendlich halt wacker 3 unendlich what the fuck ja ja alter komm übertreib ich du hast brennen du hast power du hast unendlichkeit das ist unerhaltbarkeit auch noch das ist jackpot ja also ich hab dich verzaubert und dann noch mit meinem alten verbunden oh alter hat 16 Level gekostet insgesamt aber es geht alter 16 Level sind ja überhaupt nichts für so nen Bogen ja und der alte Bogen hat glaube ich ja gut aber das muss ich ja nicht dazu rechnen eigentlich ja das Skelette alter ist auf jeden Fall ein krasser Bogen ja also der alte Bogen hat ja sozusagen auch nur 3 Level dann gekostet ja oh ich hab unter dem Sumpf ne Höhle gefunden ah krass so viele Mopse scheiße 2 Hexen auf einmal what the fuck Mopse 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 er hat Mopse gesagt er hat Mopse gesagt er hat Mopse gesagt Hörwissi du scheiß Hexe so du durftest einfach so die Mopse streicheln ja halbes Herz aber sie hat gesagt die soll vorsichtig sein sie beißen manchmal oh die knurren vielleicht auch ja alter ich stell mir das gerade bildlich vor wie da so ein kleiner Hund einfach ankommt und einen anknurren halbes Herz die sind sehr knuffig was machst du denn da bieten zwei Hexen und ich bin in meine Hundfarben gefangen er braucht einen Rettung du musst einen Flitzebogen nähen ja ich hab einen aber nur 36 ah endlich die Rettung naht oder nicht ich brauch immer nur einen Fall ich bin voll cool 1 2 3 4 5 6 ich find das nicht cool wenn es einen Doppelschuss gäbe oder so Doppelschuss das wäre schon krass wenn man so einen Maschinengun Bogen bauen könnte also vielleicht ein bisschen übertrieben ja ok stimmt auch das war doch ganz am Anfang war das bei Minecraft doch so ja du kannst du einfach rechtsweg und dann hast du auf full range sozusagen geschossen da war das voll die Imberwaffe aber ich find die ist immer noch sehr stark halt ja man muss einfach nur voll aufziehen voll gespannt werden dir sperrt ruhig oder komm jetzt wieder nach hause heute nacht gibt es scheinbar keine Schleim hab nur Lehm gesammelt Alter die ist voll schwul ja muss auch mal nur sein die Hexe ist schwul ein bisschen weiß nicht weiß nicht aber ein Creeper nein ich bin fast tot sie kann auch Schadenstränke werfen ich könnte meine Häuser eigentlich immer aus Lehm bauen da würde man erkennen welche Häuser ich gebaut habe ja könntest du machen das dann du könntest das zu deinem Markenzeichen nehmen äh nehmen cool verbindet man mit mir immer Lehm Lehmiger Stahl oder Metall Lehmiger Stahl das gibt es nach schlechter Qualität nimm Stahl nimm Stahl was Glimm Stahl? nimm einfach Stahl nimm einfach Stahl das ist so ein oh das ist aber teuer egal ein teurer Spaß genau da kommst du so mit Eisenhäusern an so Eisenblöcke und Diamant verzogen Krieger Stahl aber ne das wäre ja viel zu aufwendig aber ich meine mal so man erkennt es jetzt also zumindest die aktiven Zuschauer die wissen ja das sind deine Häuser äh ja das Leben gehört dir und dann viele Häuser? ja ich hab nicht mehr ein Haus also ein halbes Haus hab ich was ist denn los mit dir? was machst du denn? ah wieder vergiftet für 30 Sekunden man weg hier was ist denn da für ein Tier? mach einen Creeper scheiße hast du voll Stress da mit den Mobs? oh eines Herz sie kommt so alle Öfen voll mit Lehm oh ich hab irgendwas ein Zombie keines Herz und essen muss ich auch noch oh ich will zu Hause sein ah hallo oh nein nicht schlagen nicht schlagen ah Herr Scheiße was will ich nicht schlagen? wieso soll ich dich schlagen? weiss ich nicht das tut keiner bis auf Doggyman der schlägt nur ja ok ein Herz Doggyman der hat glaube ich erst ab 17 Uhr oder so Zeit ja nicht hauen ja da schlägt's er in meine Bude ich hab doch nicht gesehen oh Ton also Essen also Essen kannst du da nicht finden das ist nix oder? ich hab 53 Brote oh ich hab 18 Steaks oh ein Zombie hallo wie viel Ton du hast hier ja ist mein Lager haben wir eigentlich schon Dorfbewohner? ne ne? ne ich glaube nicht kennt euch noch aber diese ganzen äh diese ganzen Gebilde verraten mir dass er jemand versucht hat Dorfbewohner zu sperren ja da aus von Weitem aus im Stonehenge ich hab Doggyman auch mal gefragt er hat diese ganzen Sachen dahin gemacht ne? er versucht's immer wieder ja finde ich gut du hast ja nicht aufgibt der Mann ist ja Kämpfer boah der Erdachten wird einer beim Lager rum was sind da los? äh entschuldigen sie bitte wie sind sie denn hier reingekommen? laufen ah ok ja so schön so mehr wollte ich nicht wissen so hier hab ich nen Arsch voll Erde oh Erde hab ich auch viel zu viel oh ich hab ganz viel Holz ich bin cool cooler Stahl oh das knick gut kalter Stahl diese ganzen Spitzenarmel alles mit Stahl ja Spiegelstahl auch deine Pfeil? ich brauch ja immer nur einen mh nö momentan noch nicht hab ein Steck hab sowieso noch keinen guten Bogen ein Steck Dreck ein Steck Dreck ich hab richtig viel Knochen aber das braucht man irgendwie gar nicht ja irgendwie nur am Anfang wenn man Nahrung unbedingt braucht ja aber da auch nicht so unbedingt wenn man sich ne große fällt weißt du hier mit dem Fleisch rum macht auch noch die Klappe zu man und nichts ist da auch noch wir bräuchten mal ne andere Farm weil momentan ist ja unsere Farm sozusagen ne äh Schaffarm und ne Kuhfarm äh zusammen oder? ja das wär besser wenn man das mal trennt dann muss man trennt aber ähm beide mögen das gleiche mh ja trotzdem wir haben schon 15 Minuten ich beende die Folge 15-20 ja ja dann da können wir aber ruhig noch eine Folge aufnehmen ja ok Leute bist du ach nee du musst eigentlich Ben du hast ja hallo gesagt ja ja ok gut dann danke ich euch fürs zuschauen schaut natürlich auch bei den anderen vorbei sind natürlich in der Beschreibung verlinkt und ähm wenn es euch gefallen hat lasst ne positive Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play von Minecraft DevilCraft tschüss bis zum nächsten Mal tschau tschau hehehe Mul tschau tschau das r die 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 Bis zum nächsten Mal.